hallo mein lieben Zuschauer hier ist euer Sachs Wax und ja wir spielen heute Battleland 2 ich will schauen ob ich kurz den Schwanz mag kann ich was kaufen oh kann ich weiter das ist schon gut und das erweitern wir auch auf 100 weil das würde unbedingt gehen ohne mehr hey yo ich muss mir das 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 Was ist das? ein schild oder ein waffel das ist eine frage nimm mal ein schild wenn ich lege leute falsch dann schreibt mir in die kommentare da sollte lieber als waffen machen einfach machen als schild aber so später ihn verkauf ich trotzdem so wir haben ja ich weiß was ist besser waffe und die andere ich gehe kurz zu machen ok das habe ich gemacht so machen muss ich trotzdem gehen war ok gut zu wissen am besten hier immer öffnen weil hier ist sehr glaube ich schon letzte folge gesagt oder überletzte oder irgendwann ich mache immer auf weil ich hier finde ich immer wieder eridium ja ja ich hoffe ich hoffe ich habe das nicht ausgerüstet aber wenn ja dann scheißegal jo ja ich habe keine arbeit für dich komm später wieder in mir bitte in mir bitte nein 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 wanko hast du nichts besseres hast du mich enttäuscht mit schurken den arsch auf ich bin sicher dass wir das schon bald wieder holen wird hm 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 oh das haben wir das hab ich das hab ich warte mal ich muss mal schauen, habe ich noch, ne habe ich noch, ok, habe ich GTK, habe ich noch, ja, jetzt drücken wir die auf die Questen, aha, ja, das ist das nicht, ne, machen wir das, aber jetzt machen wir das auch nicht, ja, aber wir brauchen noch Feuerwaffe, wie ich weiß, ich habe keine Feuerwaffe, hm, ich brauche eine Feuerwaffe, gibt es hier eigentlich eine Feuerwaffe, nein, 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 oh, ja, das ist eine Feuerwaffe, genau, nehme ich die, die, machen wir kurz, weil ich brauche eine Feuerwaffe, um diese Dinger zu verbrennen, ich hoffe, die werden nicht so schnell verrecken, hm, ich weiß, was muss ich machen, wo sind die, Alter, 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 What the fuck, wo ist der, Alter, So, jetzt, Aha, danke für Info, und ich bin live ab, ok, und jetzt machen wir, Alter, ich sehe gar nichts, also jetzt, das oder das, ah, machen wir das erst mal, mein Grafraff sieht immer besser aus, äh, nein, mein Roboter, commschol, Singlar, Thomas提 hecht, Hall's, Mann, 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 Okay, du Kleiner So, der ist tot Alter Oh, habe ich ihn weggegeben, geil, aufs Versehen Hey, Kamerjäger, willkommen bei den Crimson Raiders Beleitest du, Respekt musstest Ich habe wohl ein bisschen zu heftig gefeiert nach dem Abbring und ich gestern mal einen Iberian-Pakoy überfahren haben Stimmt nicht, Blutty Ganz ruhig, Mädchen Also, mein Iberian so krasse Kino brecht das Wenn meine Infos stimmen Und das tun sie für gewöhnlich Ist der Kammerschlüssel mit an Bord Mein Rat Tu, was ich tun würde Stiehl den Schlüssel Lass dich volllaufen Dann knipp um Keine Jungs nicht Ohne den Kammerschlüssel kann Jack den Krieger nicht kontrollieren Du musst diesen Zug kam an, Soldat Meine alte Freundin Tina kann dir helfen Sprich mit ihr Tina für dich ist cool Warte, 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 warte Ihr solltet ihr euch kuppeln What the fuck Nein Was machst du da Oh, geil Was ist das? Nein Ja, geil Ja, muss ich das verstehen Ab nächster Mission Weil der Schiss schon alle tot So, da sind Minen Tina ist Bombenbastlerin und eine Freundin von mir Ich habe ihr schon ein paar Mal den Arsch gerettet Und sie meint noch viel öfter Sie wird ihr helfen Prostdemente Kleine plötzlichen Bewegungen in ihrer Gegenwart Okay, gut zu wissen Nio, 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 nio Komm scribe doch Alter, du sollst verrecken. So Leute, ich werde sagen, machen wir ein kurzes Päuschen. Und wir sehen uns gleich wieder. Und wenn euch dieses Video hat gefallen, nicht vergessen zu bewerben. Und bis nächstes Mal. Tschüssi.